Liebe Freunde, wir sind heute zu Gast in der Mensa, hätte ich beinahe gesagt, in der Kantine der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie Sie unschwer erkennen können. Das ist auch Essen aus dieser Kantine, das wir heute allerdings nicht testen werden, das machen wir ein anderes Mal. So, da bin ich mit dem Essen, worum es heute geht. Und es stammt von der Mensa der Uni in Mainz. Wir haben Hackfleischrolle Athen mit Basilikumsoße und katalanisches geschnetzeltes Vegan. Auch das erschließt sich mir auf den ersten Blick einmal nicht. Gut, ich probiere. Mich interessiert jetzt natürlich erst einmal, warum Athen? Die Spannung steigt, es ist mit Schafskäse und noch irgendwas gefüllt. Unverkennbar, wir sind nicht mehr in Deutschland, wir sind in Griechenland. Es schmeckt nicht so schlecht, wie es aussieht. Weil es sieht schon ein bisschen wie eine Frikadelle aus, die man ein bisschen zu euch zugesetzt hat und in der Mitte irgendwie ein bisschen Schafskäse reingequetscht hat. Aber das gibt natürlich wieder etwas Saftigkeit zurück, die wir normalerweise bei den Mensa-Essen gerne vermissen. Der Geschmack lebt aber im Grunde genommen vor allem von dieser Soße mit Basilikum, bei der man es tatsächlich geschafft hat, Basilikum-Geschmack zu etablieren, ohne größere frische Blätter zu nehmen. Wenn man jetzt etwas frische Blätter hätte und würde die auf ein solches gemischte Zubereitung geben, hätte man sofort einen vertikalen Geschmack, der sehr viel besser schmecken würde. Man hätte Vordergrund und Hintergrund. Die Dinge, die hier alle in eine Ebene gedrängt sind, würden etwas belüftet werden. Und über den Preis müsste man wirklich mal diskutieren. Ich glaube nicht, dass man sehr weit entfernt auskäme von dem, was man hier hat. Und immer noch die Überlegung, muss jetzt der Reis dabei sein? Brauchen wir ihn wirklich? Oder interessiert uns das Gemüse, der vegane Aspekt? Können wir die nicht ein bisschen auffrischen? Lassen die Sättigungsbeilage weg? Dafür investieren wir darin, die Sachen ein bisschen präsenter zu machen. Sie können zusammen spielen. Sie können Akkorde bilden. Sie können ein Ergebnis bringen. Hier gibt es kein Ergebnis. Das ist Matsch. Und so sieht es hier bei der Uni Mainz nicht so übermäßig gut aus. Importierte Sachen, Bilder, die in der modernen Systemgastronomie häufig zu finden sind, die billig herzustellen sind, die nicht ersprichlich sind. Wo aber auch nicht erkennbar ist, dass man das irgendwie jetzt in einen irgendwie gearteten, vernünftigen Zustand bringen wollte. Ich meine, es geht und es geht mit relativ wenig Aufwand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik